Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe euch gehts gut mit der Minzel-Kaser-Optik Da bin ich wieder aktiv am Schlüssel, aktiv am Schlüssel, Grüße geht raus an Armi arbeiten, Armi arbeiten, Armi aus Hamburg, Krieg hat Grüße geht raus Damals habe ich auch immer alles in den Arsch gesteckt für den Körper und jetzt Nee, also Spaß ist heute Heute ist das mal Thema der Minzel-Kaser-Optik Ich hoffe euch gehts gut mit dem heutigen Thema Thema Minzel-Kaser-Optik, endlich wieder da Ich wollte noch drei Dinge rausholen, bevor wir das Video starten Abonniert mich auf YouTube, gebt Daumen nach oben, schreibt gute Kommentare Folgt mir natürlich auf der echte Alberto auf Instagram, ganz ganz wichtig Der echte Alberto, selbstverständlich Steven Schliebhacker auf Twitter, der echte Alberto YouTube auch, der echte Alberto, abonnieren Daumen nach oben, hier ist kommentiert Ja, hier sind wir Also Freunde, bevor wir das Video richtig anfangen, möchte ich einfach nochmal Es fühlt sich so gut an, es fühlt sich einfach so gut an Es fühlt sich so gut an Und ich hoffe euch gehts genauso gut wie alte Zeiten Ich vermisse Dennis Ich vermisse es, ich muss echt mal wieder öfters hier hingehen Das heißt, jetzt bin ich ja da, jetzt bleibe ich ein bisschen Und nächstes Mal nehme ich einfach ein Bier mit oder so, irgendwas Lass mich schön die Sehle bauen Ich trinke ein Bierchen Denke an die alte Zeiten, wo ich Fußball-Mittel-Kaser-Optik alles gezeigt habe Unten, da hinten ist Beuchen-Optik Das ist geil, dass mein Bruder da hinten wohnt So, was ich noch sagen wollte Warum ich meine Freundin, mein Bruder Also mein Bruder liebt sie Aber das ist denke ich auch bald vorbei Weil die stinkt, die geht nicht duschen Die ist ganz komisch Die ist einfach nicht gut genug Die kümmert sich um Kinder Klar, es gibt vielleicht ein paar Dinge, die man machen könnte Wo man besser machen könnte Aber an sich macht die Mutter das gut mit den Kindern Aber die stinkt, die geht nicht duschen Die Kinder essen auf dem Boden Die Hände sind dreckig, schmutzen, putzen ihr Gesicht damit ab Also die sind einfach nicht richtig erzogen Das habe ich damit gemeint Und die Mutter ist einfach, ich weiß nicht, die macht gar nichts Die ist einfach so edelhaft Die läuft vom anderen Ort zum anderen Ort, Alter Und kriegt es einfach nicht geschissen Geschirr, ne Geschirrspüle hat sie nicht Einfach das ganze Geschirr lässt sie einfach liegen Putz es nicht weg Haltezeiten Alles kommt hoch Jetzt will ich noch zwei Sachen wieder hier in Kasa wohnen Und dass meine Mutter wieder lebt Jetzt kommt sie so traurig Dann möchte ich jetzt, dass ihr Daumen nach oben gebt Daumen nach oben, Alter Ich raste aus, sonst seid ihr meine Liebsten Ich liebe euch Danke für euren großen Support Und ja, wie gesagt, nächstes Mal lege ich mich da hin Hol den Bierchen oder keine Ahnen Monster Lassen wir die alte Zeit wieder schön aktiv spritzig machen Viele haben das auch wieder vermisst Ich hoffe, ihr freut euch Hier, guck Minzel Kasa Optik Ja, ist echt schade, dass ich nicht mal hier wohne Meine Mutter ist gegangen Alles scheiße Es ist einfach zu Unaktiv Ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen Außer, dass ich euch liebe Dass es die Zeit leider nicht mehr gibt Deswegen, Freunde Akzeptiert einfache Menschen Viele wollen auch in der Taschenvideos Und Dennis Aber Dennis will im Moment nichts machen Der kann nichts machen Er will keinen Kontakt bei mir zu mir Und der ist einfach komisch Deswegen akzeptiert das, Freunde Ich bin so, mich stinkt selber Aber deswegen, Freunde Müssen mir das Beste draus Man akzeptiert mich so, wie ich bin Lass es einfach so machen, wie wir sind Ja Und Doppel Käse, Doppel Mais Mach ich ja ab und zu Das gibt es ja noch Das ist auch noch da Das ist auch noch ab und zu da Nicht mehr so wie oft, aber da ist es da Und Alte, Playstation zocken wieder Muss ich mehr als wieder Geld sparen Und arbeiten gehen Taschenvideos Das feiern die Leute am meisten Das feiern die Leute am meisten Und deswegen Seid mir nicht böse, Freunde Ich liebe euch Lasst es euch gut gehen Akzeptiert mich, so wie ich bin Ich muss das Video eigentlich ein bisschen länger halten Weil wenn ich jetzt schon hier bin, Alter Dann Bin ja nicht umsonst von Säckigen extra hierher gefahren Gut, ich gehe zu meinem Bruder Mein Bruder ist da hinten, der schläft Auf der Bank, der ist wieder richtig fertig mit der Welt Grüße gehen raus Und ich Brüder Und ja, Digga Wir genießen es einfach Nächstes Mal nehme ich wieder den B mit Oder sonst was Ich habe voll vergessen Aber Wenn ich hier stehe Ich weiß, Digga Was wir alles erlebt haben Was ich erreicht habe Was ich geschafft habe Wie es weiter geht Hier hat es mich aufgebaut Hier in Karlsruhe, Digga Ich habe hier damals Fußball gespielt In Minseln Da hinten in Karlsruhe Ich habe alles gemacht, Digga Alles Ich muss jetzt gut aufpassen, dass ich nicht heule, Digga Ja, Mann, das war zu Zu krass Ich stand immer hier, Digga Hier, genau hier Hier Das war die Optik Krass, Alter Werd ich nie vergessen, Digga Ich vermisse alles wieder Aber es gibt halt manche Sachen Die kann man leider nicht mehr machen Das Einzige, was ich machen kann Ich kann wieder öfters hierher kommen Mit der Doppelkäse Mais bestellen Und wenn ich mir finanziell Wenn es mir ein bisschen gut geht Dass ich nicht immer so Geldprobleme habe Dann mir einfach besser mit Geld umgehen Das will ich besser machen Dann mir eine Playstation mal zulegen Und dann alte Videos Wie Taschenvideos machen Gibt es halt nicht mehr so wie früher Mit Dennis Muss man halt akzeptieren Muss man alleine machen Er kann das ja ab und zu auch da Es ist halt einfach nicht mehr so wie früher Manche Sachen Aber man kann das meiste Wieder irgendwie hinbekommen Und ich hoffe, ihr seid mir da nicht sauer Die guten alten Zeiten, Digga Krass, Digga Was ich da alles erlebt habe Meine Mutter Alles Alles, alles, alles Ich habe Schule gemacht, jahrelang Ich muss gucken, dass wir jetzt nicht weinen Aber es war so gute Zeit damals Ich wünsche euch was Lasst es euch gut gehen Ich liebe euch Danke, Minze, Kassel Wieder schon, Reiger, Olo, Peace Lasst euch rumgehen Haha Haha Vielen Dank.